Ja, da könnte ich wirklich von Glück sagen, dass sie den ersten Täter gefunden haben, aber der zweite, der mit der Uhr, den haben sie noch nicht. Findet den Dieb! In München ist gerade ein Großeinsatz der Polizei, weil dort ein Täter oder zwei Leute eine Uhr geraubt haben. Und zwar nicht nur irgendeine Uhr, sondern eine Uhr im unermesslichen Wert, also eine Luxusuhr. So, die gehen ja bei 5.000, 10.000, 20.000 los und wahrscheinlich ist diese Uhr mehr als 100.000 Euro wert. Wahrscheinlich noch viel mehr wert, wahrscheinlich noch mit Platin, Diamanten besetzt oder irgendwas aus goldenem, sonstigem, ja, Gold oder, ja, irgendwas Wertvolles wird da noch dran sein. Vielleicht ist das vom Vorfahren des Tigers von Eschenapur, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft ein Großeinsatz, der Täter ist weiter auf der Flucht und es wird schwer sein, den zu finden jetzt. Die Polizei kreist oben im Hubschrauber, um die Uhr zu finden oder den Täter. Also das ist jetzt die Frage. Die Uhr wird sie nur finden, wenn sie den Täter hat. Also finden sie den Täter. Wenn sie den Täter haben, dann haben sie auch die Luxusuhr. Ich hoffe, dieser Täter und eine Ansage an den Täter nochmal. Also du, rück die Uhr raus. Sofort! Deine Mal! Das war's.